Hallo zusammen. Scheinbar kommt Celtricon ohne Schlaf aus, weil er innerhalb von ein paar Stunden ein Antwortvideo zusammengeschnipselt hat. Okay, das heißt geschnipselt, er hat ein Standbild aufgenommen, der faule Sack. Aber ich muss darauf antworten und wenn es nur darum ist, immer das letzte Wort zu haben und als Klugscheißer dazu stehen, weil hey, so bin ich nun mal auf YouTube. Erst einmal zum Titel. Wie schaffst du es, in einem Titel von Badmahl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 von 9 Wörtern 2 Schreibfehler reinzuhauen? Mein Name ist Firngart mit einem R zwischen dem I und dem N. Du Ficknulpe. Und es schreibt sich Patrick mit einem A, weil aus D eng gelernt. Du weißt schon? Aber was er im späteren Video sagt, ist noch viel interessanter. Nur einen Kritikpunkt muss ich kurz dalassen. Du bezeichnest mich als dumm. Doch sowas finde ich, was war nicht gerecht. Denn ich bin ein intelligenter, ich bin eine intelligente Person. Ich denke logisch, ich bin logischerweise intelligent. Doch manche Leute verstehen was bei meiner Intelligenz nicht. Und ich tue es so, genauso wie du es tust. Genauso wie du es tust. Du tust auf schlau, ich tue auf dumm. Okay, also spielt Snickers eine Rolle. Daran ist nichts falsch. Der Nostalgia Critic ist eine Rolle. Linkara ist eine Rolle. Das ist alles okay. Es gibt jetzt allerdings zwei Wege, wie ich das Ganze lösen kann. Erstmal der unfreundliche Weg. Du spielst keine Rolle, du bist wirklich unheimlich dämlich. Jetzt der freundliche Weg. Du spielst wirklich eine Rolle und bist trotzdem unheimlich dämlich. Warum? Nun, beim ersten Weg ist klar, warum du unheimlich dämlich bist. Beim zweiten Weg. Es gibt für mich keinen Weg zu trennen, was du die Person und was du der Charakter bist. Wenn du also sagst, ja, spiel nur diesen Idioten Charakter für meine Let's Plays. Dann solltest du entweder in Meinungsvideos du selber sein und dich vernünftig artikulieren. Oder du solltest jede Kritik, die kommt, auf den Charakter beziehen. Ich kann nicht kritisieren, was ich nicht kenne. Ich kritisiere, was mir vorliegt. Und was mir vorliegt, ist ein Vollidiot, der sich benimmt wie ein Vollidiot. Wenn das alles gespielt ist, brauchst du dich persönlich angegriffen fühlen, du Fickloch. Ich spiele nur den Dummen, wenn ich was mal auf intelligent machen würde. Würde keine Sau erst mal meine Videos schauen. Okay, lass mich eben die Intention verstehen. Du sagst, wenn ich meine Intelligenz vollkommen rauslasse, dann wollen Leute meine Let's Plays nicht gucken. Okay, erstens gehe ich davon aus, dass es garantiert auch einen Markt für intelligente Leute gibt, die Let's Plays gucken. Ich meine, hey, beleidige ruhig deine Abonnenten und Zuschauer, ist ja nicht mein Problem. Und zweitens, wie kommst du von, ich will nicht zu intelligent und mega schlau wirken, zu, ich möchte bescheuerter sein als ein gehirngefickter Patrick Star. Im Gegensatz zu dem, was du hier ablieferst, ist Patrick Star ein Genie. Und das meine ich im allerfreundlichsten Sinne des Wortes. Nein, das meine ich nicht. Du bist ein verfickter Vollidiot. Wieso bist du so ein verfickter Vollidiot, wenn du besser sein könntest? Ohne Scheiß, du hast elf verfickte Abonnenten. Ich glaube, dein Kanal wird es überleben, wenn du dein Image änderst. Meine Fresse. So, nachdem ich mich jetzt wieder sinnlos aufgeregt habe, wäre es jetzt auch wieder mit dem Video und meinem dritten Bypass. Und ich muss mir jetzt einen Arzt suchen, weil mein Arm langsam steif wird. Schönen Tag noch, ciao und... Ehhh... Vielen Dank.